Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ich schon auf Instagram in meiner Story angesprochen habe, sollte eigentlich die neue Folge von dem gerade eingeführten Format News der Woche kommen. Allerdings habe ich gerade dafür zu wenig Zeit, um das Video pünktlich fertig zu bekommen und es anschließend hochzuladen. Deswegen habe ich entschieden, dass ich das Format erstmal für diese Woche ausfallen lasse, erstmal die wichtigen Videos rausbringe und dass ihr euch erstmal bis nächste Woche gedulden müsst. Trotzdem, als kleine Entschuldigung, kommt heute meine Prediction zur diesjährigen UEFA Champions League Saison 2021-2022. Es gibt 32 Teams aufgeteilt auf 8 Gruppen, nominiert von A bis H. In jeder Gruppe sind 4 Teams von 4 unterschiedlichen Nationen und ich werde alle 8 Gruppen in diesem Video predikten und euch sagen, wer meiner Meinung nach rausfliegt, weiterkommt oder vielleicht in der Europa League nochmal versuchen darf. Bevor wir beginnen, möchte ich nochmal ansprechen, dass es in diesem Video, in meinem Video, um meine persönliche Meinung geht. Wenn ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr es gerne in Form eines Kommentars unter mein Video reinschreiben. Sonst möchte ich nochmal ansprechen, dass ich kein Fußball-Experte bin und dass es auch sein kann, dass ich bei manchen Vereinen nicht so die aktuelle und beste Meinung habe. Ich kenne mich nicht aus, wie es aktuell in Portugal, Moldawien, Kroatien oder so weiter geht. Also tut mir leid, wenn wir da mal ein paar Fehler einschleichen, aber ich werde hier versuchen, mein Bestes zu geben. So, wir haben eigentlich jetzt alles geklärt. Falls ich noch was vergessen habe zu erwähnen, ist es entweder unter der Videobeschreibung oder angepinnt in einem Kommentar. Dann wollen wir uns nicht so lange aufhalten und irgendwelche Scheiße labern. Wir beginnen einfach mit meiner Prediction und wir fangen an einfach mit der ersten Gruppe. In der Gruppe A ist Club Brügge, RB Leipzig, Manchester City und Paris Saint-Germain. Auf Platz 4 brauchen wir nicht diskutieren, da ist leider der belgische Meister Club Brügge. Eigentlich sind wir mal ehrlich, der sympathischste Verein in dieser Gruppe. Also gefühlt ist es dieselbe Gruppe wie letztes Jahr, nur dass anstatt Man United, Man City dabei ist. Anstatt Basakshi hier, Club Brügge hier. Ja, Club Brügge wird letzter, dritter wird RB Leipzig. Für mich, ja, die leider schlechtere Mannschaft davon, also nicht schlecht als Brügge, aber von den etwas größeren Teams die etwas schlechtere Mannschaft. Aber ganz ehrlich, die Gruppe A ist mit, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade mit anderen Gruppen aussieht, in der Spitze einer der stärksten besetzten Gruppen. Dann zweiter wird Paris Saint-Germain. Ich denke, dass PSG erstmal die Ego-Star im Team klarkommen wird, aber meiner Meinung nach ist PSG 100% der Favorit auf diesen Titel. Und auf Platz 1 wird in der Gruppe Manchester City. Ja, brauchen wir nicht reden, Man City hat mit PSG meiner Meinung nach in der Champions League einer der besten, der beste Kader vielleicht. Dann Gruppe B, dabei sind Liverpool, der englische Vizemeister, nee, Vizemeister wurde Manchester United, ich glaube sie wurden Dritter, oder war Chelsea Dritter? Egal, Liverpool ist dabei, Atletico Madrid, der spanische Meister ist dabei, der italienische Vizemeister AC Mailand und der portugiesische Vizemeister FC Porto ist dabei. Fangen wir an, ich weiß nicht, wo soll ich anfangen, Platz 4. Platz 4, schwierig, schwierig, andere sagen, sie werden Dritter, andere sagen sogar, habe ich sogar gehört, die werden Zweit oder Erster, denke ich nicht. Vierter Platz wird AC Mailand. Ich weiß nicht, wie die den Abgang von Donnarumma kompensieren werden, ich weiß gar nicht, wer jetzt im Kasten da steht. AC Mailand war lange nicht mehr in der Champions League dabei, deswegen habe ich sie auch auf Platz 4, da fehlt ein bisschen die Erfahrung. Und klar, AC Mailand, einer der besten Vereine, die jemals in der Champions League gespielt haben, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Auf Platz 3 ist der FC Porto, FC Porto hat von letztem Jahr noch Erfahrung, einige Spieler sind auch noch im Kader, kennen sich aus in der Champions League, deswegen werden sie auch Dritter und werden in der Europa League einziehen. Zweiter wird der FC Liverpool, ja, weiß nicht. Auf Platz 1 habe ich, klar, Atletico Madrid, die habe ich ein bisschen stärker als Liverpool gesehen, aber ich würde nicht überrascht sein, wenn Liverpool vor Atletico steht, aber ich würde auch nicht überrascht sein, wenn Atletico vor Liverpool steht, ja. Dann Gruppe C, dort dabei sind Ajax Amsterdam, Dortmund, Besiktas und Sporting Club de Portugal, also Sporting Lissabon. Ja, ich möchte nicht zu jedem einzelnen Verein was sagen, deswegen würde sich das Video übelst in die Länge ziehen. Ich halte mich kurz, vierter wird Besiktas, wurde knapp türkischer Meister und ich sehe hier, ja, Besiktas hat meiner Meinung nach hier die schlechtere Mannschaft. Dritter wird Sporting Club de Portugal, Sporting wurde überraschend wieder portugiesischer. Meisterzeit lang wieder, nicht wieder, letztens wurde es, glaube ich, Porto. Ja, Sporting, super Mannschaft, man darf sie nicht unterschätzen, wirklich nicht. Dortmund ist auch sehr gut darin, in Mannschaften unterschätzen, deswegen würde ich die Dortmunder sagen, dass man mal auf Sporting mal ein Auge haben soll. Auch nicht zu unterschätzen ist Ajax Amsterdam auf Platz 2. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie am Ende auf Platz 1 sind, aber auf Platz 1 habe ich Borussia Dortmund. Gruppe D ist auch genauso dieselbe Gruppe, aber nur um Gladbach. Anstatt Gladbach ist jetzt Sheriff Tiraspol das allererste Mal dabei, auch der allererste moldawische Verein in der Schemzik-Geschichte. Sonst ist auch noch dabei Schachtjordoneck, Real Madrid, Inter und wie angesprochen Sheriff Tiraspol. Meiner Meinung nach wird 4. Schachtjordoneck, 3. Sheriff Tiraspol, 2. Inter Mailand und auf Platz 1 Real Madrid. Warum habe ich Sheriff Tiraspol auf Platz 3? Für mich ist es eine absolute Wundertüte. Ihr erinnert euch an das Video, die Most Underrated Football Clubs der Welt. Warum sage ich das jetzt auf Englisch? Keine Ahnung warum. Und ich wollte fast Sheriff Tiraspol noch mit reinpacken. Ich habe schon vorher gewusst, dass sie Schemzik spielen werden, weil guckt euch einfach mal die Saison an, die sie gespielt haben in der Moldawischen Liga. 99 Punkte geholt, 106 Tore geschossen und ratet mal, wie viele Gegentore sie bekommen haben. Nur 7. Sie haben in einer ganzen Saison nur 7 Gegentore bekommen und 106 Tore geschossen. Und das ist einfach nur heftig. Und ich denke, dass die Mannschaft das in der Schemzik, ja sie werden jetzt nicht in der Schemzik 106 Tore schießen. Aber ich glaube, diese starke Saison, diese starke Motivation, dass man auch das allererste Mal in der Schemzik dabei ist, kann für mich eine Mannschaft pushen. Und für mich kommt Sheriff Tiraspol in die Europa League. Für mich eine Wundertüte. Dann die Gruppe E dabei sind Barcelona, Dynamo Kiew, Benfica und der FC Bayern München. Ja, hier könnte ich eigentlich schnell machen, aber Leute, es ist wieder kontrovers. Auf Platz 4 ist Kiew. Ja, brauchen wir nicht dazu sagen. Die schlechtere Mannschaft in dieser Gruppe. Auf Platz 3 Barcelona. Ich denke, was in Barca ist so viel Unruhe. Ich glaube nicht, dass sie was in der Schemzik reißen werden, aber Leute, wir brauchen halt ein Hot Take, ein Tipp, wo alle sagen, Digga, der hat keine Ahnung von Fußball. Und ja, machen wir weiter. Auf Platz 2 ist Benfica Lissabon, selbsterklärend und auf Platz 1 FC Bayern München auch selbsterklärend. Dann die Gruppe F. Dabei ist Bergamo, Young Boys Bern, Manchester United und der Europa League Sieger FC Villarreal. So, auf Platz 4 habe ich, ja klar, Young Boys Bern aus der Schweiz. Lustigerweise hat es David Wagner in die Champions League geschafft. Komisch, dass er überhaupt noch im Verein trainiert. Alles klar. Platz 3? Meiner Meinung nach leider der Europa League Sieger Villarreal. Aber wir kennen Unai Emery. Er hat Bock auf Europa League und er wird die wieder gewinnen und verteidigen. Das wäre eine funny Story. Dann, zweiter wird Bergamo. Ja, eigentlich selbsterklärend. Bergamo ist für mich, wie die letzten zwei Jahre, kein kleiner Klub mehr, der, ja, glücklich in die Champions League gelandet ist. Sondern für mich ist Bergamo ein Verein, der Ansprüche in dieser Gruppe stellen darf. Dann auf Platz 1 ist Manchester United. Eigentlich selbsterklärend. Sie haben vor kurzem Cristiano Ronaldo für mich sehr überraschend geholt. Und ich glaube, damit werden sie super die Champions League angreifen. Und es könnte spannend werden. So, jetzt zur zweitletzten Gruppe, die Gruppe G. Und dabei ist Lille, RB Salzburg, FC Sevilla und mein VfL Wolfsburg. Ja, Gruppe G. Gruppe G ist wirklich schwierig zu tippen. Die leichteste Gruppe. Aber gleichzeitig finde ich, ist es eine Gruppe, wo die beste Mannschaft auch letzter werden kann. Wo jede Mannschaft eigentlich gefühlter letzter werden kann. Ich nehme da vielleicht mal den FC Sevilla raus. Ich denke, ja, dass es die beste Mannschaft da drin ist. Aber es könnte auch sein, dass sie mal joken und dass sie am Ende letzter werden. Also man könnte es hier in Real Talk alles in Würfel machen. Also wir halten hier fest. Alles, was ich hier tippe, wird zu 100% falsch. Ich werde keinen Verein hier richtig haben. Scheiß drauf. Ich sage einfach, auf Platz 4 wird Lille. Auf Platz 3 wird Wolfsburg. Auf Platz 2 ist RB Salzburg. Und auf Platz 1, ich glaube, das wird richtig sein, der FC Sevilla. Den Verein darf man absolut nicht unterschätzen. Und sind für mich hier der Favorit in der Gruppe. Und Rest ist, könnte eigentlich mit Würfel. Real Talk, alles mit Würfel könnte man das machen. Alles mit Würfel. So, kommen wir endlich zur letzten Gruppe. Die Gruppe H. Und hier habe ich auch wieder sehr kontroverse Tipps. Hier dabei ist Chelsea, der Champions-League-Sieger. Dann ist Malmö FF, der schwedische Meister. Zinit St. Petersburg, der russische Meister. Und Juventus Turin aus Italien. Die wurden aber nicht italienischer Meister. Was sehr ungewohnt ist. Dann fangen wir wieder an mit Platz 4. Malmö FF. Denke ich nicht, dass sie hier überhaupt ein Land sehen werden. Dritter wird. Jetzt wird es kontrovers. Als Juventus Turin. Ich weiß nicht, wie sie den Abgang von Cristiano Ronaldo konnte. Was für ein Wort suche ich jetzt. Scheiß drauf. Kompensieren werden. Mein Lieblingswort in dieser Prediction. Man hat auch noch einen neuen Trainer. Mit ihm muss man auch erstmal klarkommen. Und ja, meiner Meinung nach muss Juve sich erstmal finden. Und wird meiner Meinung nach nur Gruppendritter. Auf Platz 2 wird Zinit St. Petersburg für mich die Überraschung. Hat einige bekannte Spieler aus der Bundesliga im Kader. Ich könnte jetzt keinen aufzählen. Aber vertraut mir einfach. Da sind viele Spieler, die man eigentlich kennen könnte. Und die eigentlich gar nicht so schlecht sind. Also Zinit darf man hier wirklich auch nicht unterschätzen. Erster wird Chelsea eigentlich selbst erklären. Sie haben letztes Jahr die Champions League gewonnen. Und von denen ist eigentlich zu erwarten, diese Gruppe zu meistern. Sonst finde ich, hat man auch mit Lukaku einen tollen Spieler geholt. Thomas Tuchel hat auch jetzt auch die Chance, mit Chelsea eine ganze Champions League Saison zu trainieren. Letztens war es nur ein Halbjahr. Wann wurde Frank Lampard entlassen? Das weiß ich gerade nicht. Das tut mir jetzt leid. Aber wir brauchen nicht diskutieren. Chelsea wird hier Erster. So, an der Stelle hätte ich jetzt eigentlich so das 8. Finale tippen müssen. Das Viertelfinale. Aber wir wissen alle, dass die Auslosung der Champions League ein bisschen anders ist. Das ist nicht wie die EM. Da kann ich nicht wissen, wer würde so gegen den spielen. Und ich will jetzt nicht irgendeine halbe Auslosung machen. Und am Ende in der K.O.-Runde sieht das eh anders aus. Und dann macht es eh keinen Sinn. Deswegen sage ich euch einfach, meine fünf heißen Kandidaten auf die UEFA Champions League. Trophäe. So, meine fünf heißen Kandidaten, gerankt nach Wahrscheinlichkeit, sind Manchester United, Bayern München, Manchester City, Chelsea FC und Paris Saint-Germain. Wenn diese fünf Mannschaften nicht die Champions League gewinnen, dann weiß ich auch nicht weiter. So, was sind eure fünf heißen Kandidaten auf die Champions League? Soll ich dasselbe mal mit der Conference League oder mit der Europa League weiterführen? Schreibt es einfach mal in den Kommentaren. Schreibt mal eure Prognose einfach auch gerne mal in den Kommentaren. So, dann abonniert gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal und... Ciao!